Kraschel. Da sind wir. Was sind denn? Was müssen wir vor mir sind? Ich weiß das auch nicht. Wir waren schon noch nie. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist denn hier gegenüber? Ich erinnere mich nicht. Ah ok ich weiß wo wir sind. Wir sind Korti Yard. Ok. Hier hinten ist der Exsatz. Hier links. Achso. Ja ja. Ja hier hinten ist Korti Yard. Ja. Ah ok. Das heißt wir sind ganz unten an der Straße so gesehen. Ah da ist hier doch ein Panzer den ich markieren muss. Das ist doch super. Das trifft sich doch gut immer. Ich komme wieder zurück ran. Alter 40 Sekunden. Das ist doch der Hinterhof ja. Ja ja. Ah. Geil. Ist sogar offen da hinten. Aber wir haben ihn nicht. Doch wir haben ihn. Wir könnten raus. Das ist geil. So jetzt muss ich nochmal gucken wo die anderen Panzer sind. Ah einer ist ganz unten. Am Underpass Exit. Wir müssten aber rüber. Ne wir könnten auch runter laufen jetzt runter. Da sind jetzt zwei Läden die du noch besuchen musst. Dann könnten wir den Panzer markieren. Dann könnten wir dann zur Post stellen. Also über die linke Seite willst du komplett laufen so gesehen ne. Ne über die rechte. Über die rechte. Naja jetzt am Cinema vorbei. Runter zum Sewer rüber. Ok ok. Ja gut. So ok wir können. Not oben wir können. So. 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 Moin. So, Rowan. ich glaube der kommt hinter uns ich muss mal kurz nachklippen Oh, dort geht es aber auch zur Sache, Junge. Bier, Schuss, AP. Das Jua rüber, runterkommen, das ist gefährlich irgendwie. Ja. An den Innenhöfen vorbei. Seine Waffe nehmen. Hast schon wieder keine Munition mit? Auch, aber. Sicher ist sicher. Was Schnelleres, hm. Mit einer Tor runtergeschossen, schön geil. So, na dann rüber. Oh, es rabbert schon wieder. Ich habe eine Wurst gefunden. Jetzt komm. Sonst kannst du deine scheiß Läden alleine suchen. Ich bin doch unterwegs. Ich eile. Hier hatten wir doch, in diesem Hinterhof hatten wir doch auch unser Gefängnis. Ja, ein Fight gehabt, genau. Und da vorne hat dann so ein ekelhafter Exit Camper gesessen. Ach so, ich bin doch hier. Och. Vielen Dank. So, da drüben ist ein Laden, wo wir rein müssen. Gut. Steps irgendwo? Nee, das war John, ne? Ja. Ich bewege mich grad nicht. Ja, das brauchst du. Doch, wir waren schon. Gut, dann müssen wir jetzt zum Hotel. Oh, das flimmert aber ganz schön so. Uiuiui. Gelockt. Oh. Oh, das ist, boah, FPS aus der Hölle, Junge. Oh, zwei Mann. Ich war doch schon um die Ecke, Alter. Sie kommen von rechts. Schatz. Uiuiui. Nee, den kann er auf jeden Fall nicht. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ist gut für uns. Mhm. Die müssen da bei dir am Fenster vorbeikommen schon, wenn sie hierher wollen. Darauf hoffe ich. Ja, ich sehe sie. Hast du? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich rausfinden. Einer ist Minus. Nice. Nice. Der andere ist hinterm blauem Auto gewesen. Ein... Ich rede zum blauen Auto, gebt mir Deckung. Okay. Jetzt muss der Moven. Passt am Auto auf. Wer ist Sand auch? Der müsste dann auch Minus sein, wisst ihr? Ich stack kurz nach. Okay, ich auch. Wir haben in den Torschgang reingeflogen, oder? Geflogen? Ja, ist ein bisschen. Es sah es ja aus. Okay. Wer war mit der AK von der Seite? Du warst das, ne? Ja, ja. Warst du? Nein, der kam nice, ne? Da kam dir richtig in die Arme gelaufen. Ja, ja. Richtig schön. Der war voll auf mich. Okay. Der fixiert von der anderen Seite. Richtig gut. Geil, geil. Uh, das war nice. Der eine war auch, glaub ich, schnell eine M4 gehabt, glaub ich. Mhm. Die hat er immer noch. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ja, ja, die sind da. Der ist reingeflogen. Der ist zuletzt, hab ich den gesehen, am blauen Auto. Da hab ich dann halt reingesprayt. Und danach hab ich eine Nate geworfen, da hat sich immer noch nichts bewegt. Da hab ich schon reinfliegen sehen, in den Toilet dort. Der musste dann auf jeden Fall, nach der Nate müsste der down gewesen sein. Aber ich... Wir klippen erstmal nach, alles. Ja, ja. Alles auf ruhig, entspannt. Ich flick mir die Knochen zusammen. Boah, die Nate war gut. Die war perfekt. Ja, perfekt aus dem Auto. Wie der geflogen ist, hat er einen Satz gemacht. Ich hätt's auch gerne gesehen. Da ist auch schon mal noch ein Fehler, da fehlt mir nur noch einer für Grenadier. Aha. Gucken wir mal nach, ob der wirklich mitgekommen hat. Ne, der müsste so gestorben sein. Schade. Der fehlt mir noch. Auch so. Dann ist er direkt beim Anfang gekippt, wo ich da ins Auto reingehalten hab. Aha. Mhm. Und die Granate hat ihn vielleicht bloß nochmal weggeschoben. Die Granate hat den halt auf jeden Fall schon mal... Also das hat mich sicher gemacht, dass er nicht mehr da schießen wird. Mhm. Ich hab was fliegen gesehen, ja. Ja. Man nannte ihn auch die Flieger. Ja. Wenn jetzt die Smoke Grenades funktionieren würden, wäre das richtig nice. Ja. Dann kann man da jetzt zu smocken und in Ruhe looten. Ja. Mhm. Aber die Scheiße funktioniert ja nicht. Mhm. So Mist. Das ist mir viel zu offen. Ja. Ja. Ja, vor allem weil... Wenn wir einmal... Ja. Da drüben in den Fenstern kannst du ja rüber gucken. Mhm. Also aus... Nicht aus allen, aber aus bestimmten. So, naja. Ich geh mir mal einfach mal... Gib mir mal ein bisschen Deckung. Ich geh mir einfach mal auf die andere Seite. Haben wir wenigstens nochmal einen anderen Winkel nochmal. Auf die Sache. Ach. Du gehst dort raus? Okay. Ja. Da liegt der. Ja. Ich pack dir... Ich pack dir... Ist da hier Movement bei mir? Sekunde. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fenster oder was... Ob man da durchgucken kann. Das ist alles so unsicher. Mhm. Oh boh, der war richtig dick gegiert, der Boy. Der war auch nicht übel, aber... Hat dem aber nix genützt. Pfff. Ne Gen 4. Oh. Die nehmen wir auch hierbei mit. Ich nehm... Den sein... Oh, Rick mit. Besser im Rucksack als ich. Der hat er mit. Ja. Ja. Irgendeine Waffe noch hat an dem anderen. Würde ich durchaus nehmen. Als Wohne Waffe. Ja, mit der MP7 hab ich den geholt. Ich hab die UMP von dem. Der hat noch ne Waffe, ne? Ne. Ne, der hat nur eine. Meiner hat auch ne UMP. Komisch. Da muss ja noch was sein. Was schleppst du doch auch für Müll mit rein, Alter? Ne, guck dir den doch an hier. Das ist doch nicht meine. Das ist meine. Ja, also auch nicht besser, Alter. Das ist... Hallo. Hast du wenigstens gute Munition drin? Na freilich. Ich komm wieder zurück. APM. 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 APM-Maßnahmen, Junge. Wie regelt. So, da komm der angeschnieft. Nimm mal die UMP hier. Wo ist der Klaus? Der Dingens? Der Klaus. Ja, hier. Das ist nicht Klaus. Nimm die mal. Das ist wenigstens was vernünftiges zum Schießen, wenn wir jetzt hier unterwegs sind. Taka. Kannst ja runterkriegen, ich hab ja eh keinen Platz. Naja, sobald da am Exit sind und du die nicht mehr brauchst, schmeiß die einfach raus. Genau. Irgendwie spiele ich hier nicht. Vielleicht hat der sogar gute ammo geladen, man weiß es nicht. 45 ACP, die ist ganz gut. Ja. Ich auch, ja. Okay, ich bin auf jeden Fall wieder ready to go. Okay. Machen wir jetzt einen Golden Star rein und dann können wir weiter. Oh fuck, ich hab meine Kopfhörer da liegen lassen, ich muss nochmal rüber. Boah, machst du das? Oh, Kopfhörer geh ich hier nicht weg. Ich hab meine auch weggeworfen, fälschlicherweise. So, ich bin hinter dir schon. Ich auch. Okay. Wollang müssen wir? Wir müssen hier lang. Ins Hotel rein. Oh. Ich seh'n Dinger. Da kann man doch drüber steigen. Eigentlich ja. Aber er nicht. Nee, da musst du ne halbe Minute warten, Luft holen und springen. Was? Cassie fahr uns links irgendwo. Ja. Rechts aber auch. Ja. Okay. Es ist mir okay. Willst du mich verarschen? Der kippt einfach. Ich sehe sie gerade nicht. Respirator? Ich. Alles klar. Da war noch ein Skeft drin. Da müssen wir rein, wo der raus geguckt hat. Ja, okay. Dann schnell rein da. Ja, ich hab hier und außen stehen, das scheiße. Ja. Da muss ja irgendwo sein. Ich seh' nichts. Da wirst du da vorne. Ja. Ihm geht's gar nicht gut. Ey, ich bin tot. Scheiße. Mist. Den hab ich. Gut. Den hab ich auch. Okay. Machst du dein Zeug mal sehen? Ja. Die UMB kannst du mit rausnehmen, wenn du willst. Die haucht ja übelst los, Alter. Das waren zwei von denen voll Assets. Ja, ja. Okay, nach links, nach rechts. Ich schnapp mir gerade deine Weste und deine Max. Deinen Helm. Ja, das ist weg. Ja, die AK werden wir... Woll ich in der Ecke oder soll ich mitnehmen? In der Ecke, ne? Kannst du in der Ecke schmeißen, ja. Voller Rate of Customs überlebt. Geil. Zwei Bärs. Spielt eigentlich noch jemand Jusek? Ja, gute Frage. Den, den ich erschossen hab, war auch ein Bär. Ich denk mal nicht, dass hier hinten einer gucken wird. Ich hoffe nicht.